Okay, Leute, wir gucken jetzt, ob es wirklich funktioniert, Abi. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber wir werden es jetzt am Geräusch merken, weil wir es nicht sehen. Warte, steck rein. Ja, das ist alles genau auf YouTube. Was machen wir, Abi? Wir haben heute den zweiten Teil der TikTok-Reihe. Wir testen TikTok-Lifehacks, haben uns wieder ein paar rausgesucht. Diesmal haben wir uns die wirklich rausgesucht, posten hier auch nebenan das Video. Ja, ja. Leute, benutzt Quinta-Code Jamwik, denn ich kann mir keinen Friseur leisten. Leute, guckt euch mal diese Haare an jetzt mal im März. Oh, Pech, ich habe kein Geld für den Friseur. Meier, das weiß ich nicht. Wo hast du das Geld, hä? Hm? Wo hast du das Geld? Ich bin krass, Leute, ich brauche kein Geld zum Friseur. So, Leute, ich würde sagen, wir reden gar nicht viel und starten mit dem ersten TikTok. Leute, kennt ihr es? Ihr wollt euch einen Toast vorbereiten, vor allem der hier. Da will ich einen Toast vorbereiten. Steckt erstens nicht ein, zweitens funktioniert. Wie heißt das Tag? Toaster. Der Toaster nicht. Und drittens brauchen wir eine andere Idee dafür. Ne, Can? Was haben wir dafür? Eine andere TikTok, ne, Leute? Der TikTok wird jetzt hier irgendwo eingeblendet. Und ja, guckt euch erstmal den TikTok an, wie fast man das nachzumachen. So, Leute, diese hübsche Dame hat uns gerade gezeigt, wie das funktioniert. Wir machen das jetzt nach. Und ja, Can, du machst das nach. Ich mache hier ein bisschen Wummel. Ich habe nur keinen Bock, dass das klebt. Tada! Den Rest kannst du machen, ne? Käse drauf, das drauf. Tipps. Viel Spaß beim Bügeln. Essen bügelt so gerne, ne? Äh, ja. Mal bügeln mal. Was ist das? Oh mein Gott, das ist immer warm. Wie? Zieh weiter durch, zieh weiter durch. Ich glaube, man kann sogar Wasser drauf. Oh mein Gott, da kommt überall. Mach du doch, warum halte ich das jetzt? Drück drauf. Ist das normal? Ja. So, Leute, Can hat das Meisterwerk vollbracht. Meinst du, warte, meinst du, der Käse ist geschmolzen? Hörer. Oh mein Gott, lass mich verbrennen. Aha! Oh mein Gott. Guck dir mal diese Bräune an da drauf. Der Käse ist wirklich geschmolzen. Das ist Wasser. Leute, ich würde sagen, guten Hunger, Can. Außen ist der Käse geschmolzen, in der Mitte nicht. Und? Muss man sich nicht geben, ne? Nein. Leute, wenn der Toaster kaputt ist, würde ich sagen, geht das klar, oder? Ja, aber ein bisschen länger vielleicht. Oh, der Käse ist halt. In der Mitte gar nicht geschmolzen, nur außen. Ja, das ist das Problem, aber sonst... Wir kommen zu TikTok Nummer zwei. Leute, Kitty darfst jetzt keine Handyhülle wie ich. Deswegen soll dein Handy auch teilweise... Teilweise? ...rapot. Hier ist eine Lösung dafür, ne Abi. Genau, Leute. Wird jetzt kurz einmal eingeblendet, damit ihr bescheid wisst, wie das funktioniert. Und danach machen wir das gleiche nach, ob es funktioniert. Okay, Leute, die erste Bedingung ist, ihr braucht einen Ballon. Und jetzt braucht ihr nur noch Luft, oder? Hier ist Luft. Halt, was ausgeratet. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das ist, du gehst gleich auf. Die hat es auch losgemacht. Jetzt, ich fahrt auf dich. Und jetzt? Handy draufdrücken und langsam Luft rauslassen. Ich glaube, bei John fehlt komplett. Nein. Ich seh mein Handy gar nicht mehr. Was ist das? Bei John, Leute. Warum passt das eigentlich sogar perfekt? Bei John ist es fast perfekt. Das kann man bestimmt noch ausrechnen, oder? Und das hier kann ich eigentlich sogar noch benutzen, oder? Warte. Ah, Leute, man kann das noch so richtig zurecht machen, warte. Leute, guck mal, die Handyhülle ist perfekt jetzt geworden. Warte. Und wenn ihr die Hülle abmacht, könnt ihr einfach da pussel mal rein. Und so ist sie ab, Leute. Und, Leute, das könnt ihr eigentlich hier ein Loch reinmachen. Dann könnt ihr das irgendwo dran nehmen. Und dann, ja, so. Guckt, Leute, ich kann einfach so machen und es fällt nicht runter. Ich würde sagen, TikTok bestanden, oder? Daumen hoch oder Daumen runter für den TikTok? Daumen hoch. Manul ist kaputt gegangen. Egal, Leute, willkommen zum nächsten TikTok. Leute, willkommen zu TikTok-Live-Fact Nummer 3. 3. 3, ja. Leute, ich kenne das, ihr wollt ihr Handy auf etwas draufstellen. Aber es hält einfach nicht hier zum Beispiel. Ihr wollt Netflix gucken, oder ihr wollt euch einfach unseren Song geben mit einem geilen Musikvideo. Während ihr am Essen seid zum Beispiel. Das funktioniert einfach nicht. Das Handy soll ja eigentlich so stehen bleiben, ne? Ja. Aber es geht nicht. Dazu blenden wir euch jetzt ein Video ein und gucken, ob es funktioniert. Aber kriegst du es irgendwie hin? Das? Bestimmt. Frage ich euch noch, machst du erst das Toilettenpapier drum? Weil das, äh, ja. So, Leute, wir schneiden das jetzt auch zurecht. Nicht wegkacken, ne? Nicht, doch nicht. Machen jetzt hier auch zwei. Uno, das. Dres. Sier. Machen das jetzt auf. Machen das natürlich auch hier rein. Gucken einfach, ob es jetzt funktioniert. So, John. Jetzt rein. Du willst jetzt was gucken? Oh mein Gott, Leute, es funktioniert einfach. Und Leute, die jetzt sagen, äh, viel zu kompliziert, ernst. Das ist einfach. Zweitens, Leute, das ist nicht wie eine Mandarine, die irgendwann wegrutscht, vergammelt oder sowas. Das hält einfach für immer. Das ist, äh, für immer. Ihr könnt das auch noch in 20 Jahren benutzen, wenn ihr wollt. Ihr könnt noch ein bisschen Liebe drauf machen. So ein bisschen traurig, rot, blau irgendwas machen, Leute. Dann sieht es schön aus. Test bestanden? Ja. Wuhu. Da, aber erst mal, jetzt fällt unser Song genau so. Leute, kennt ihr das? Ihr braucht eine volle Batterie. Aber ihr wisst nicht. Aber Leute, wir kommen zu TikTok-Live-Fact Nummer 4. Leute, kennt ihr das, wenn ihr Batterien braucht? Aber ihr wisst nicht, ob die voll oder leer ist. Deswegen haben wir hier jetzt eine volle und eine leere Batterie. Oder vielleicht zwei leere und zwei volle. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht, Leute. Wir probieren es gleich aus. Und dazu haben wir hier einen TikTok-Live-Fact gesehen. Wir wissen zwar nicht, ob es funktioniert. Aber seht es euch selber an. Irgendwie eine Batterie hilft komisch, eine hilft nicht komisch. Wir werden uns jetzt gucken, ob es funktioniert. Aber guckt euch vorher diesen schönen TikTok-Fact. So, Leute, wie ihr gesehen habt, ne, Jan? Ja. Hüpft eine Batterie etwas komisch, eine nicht. Wir wissen zwar jetzt nicht, ob das funktioniert. Aber so, Leute, dazu brauchen wir einen Hintergrund, Untergrund. Das Problem ist, der polstert hier ab. Deswegen halte ich das jetzt in der Hand. Oder hältst du das? Halte aber gerade ein bisschen runter. So, Leute, eine leere, eine volle. Wir wissen nicht, was es ist. Und hier, Leute, wir lassen es jetzt fallen. Leute, habt ihr gesehen? Diese Batterie ist... Guckt hier, guckt hier. Wir machen es einmal einzeln. Die hüpft. Die macht bumm. So, die hier. Gleiche Höhe ungefähr. Die fällt direkt runter. Guck mal, Leute, die geht direkt wie ein nasser Sack runter. Das ist die volle dann. Seht ihr? Und seht ihr den hier? Der hüpft noch. Guckt jetzt noch einmal als Vergleich. Habt ihr gesehen? Die hat länger gedieft. Oh mein Gott, Jan. Das funktioniert wirklich. Ja, ne? Guckt mal. Guckt, guckt, guckt. Krasse TikTok, Jan. Das heißt, diese Batterie ist voll. Die legen wir beiseite. Die ist leer. Die kommt in eine besondere Mülltonne. Du weißt Bescheid, ne? Weil da sind Batterie... Wie nennt man das? So ein Wasserteil drin von Batteriesäure. Batteriesäure. Batteriesäure ist da drin. Und wenn die dann zerpresst, dann wird das das schädigen. Ich bin schlau. Solo, normal weiß ich das. Leute, Jan ist schlau. Und ich würde sagen, TikTok bestanden, oder? Ja, und jetzt kommen wir zu TikTok Nummer 5. 5? 5. Leute, ihr kennt es. Ihr seid zu Hause. Macht eure Hausaufgaben. Da habt ihr zu euch einen Füller. Und verschreibt euch so zum Beispiel. Ist egal, wie... Ihr verschreibt euch. Oder das kennt ihr das? Diese Kollegen von der Schule kommen und machen einfach so bei euch. Okay, der Stift schreibt jetzt nicht gerade krass. Ja. Ich schreibe jetzt mal hier so. Und danach fängt ihr bei ihm an. Aber hier haben wir eine Lösung, wie ihr das Ganze einfach wegmachen könnt. Ja, Leute. Wir melden uns gleich. Ich schreibe ein bisschen. Okay, Leute. Hier haben wir jetzt ein beschriftliches Blatt, wie man sieht. Armin, was hast du da gezeichnet da unten? Da unten habe ich dich gezeichnet. Warum? Das bin ich gar nicht. So sieht es doch gar nicht aus. So, Jan. Was ist jetzt der TikTok? So, wir brauchen ein Glätteisen. Leute, jetzt kommen wir zum magischen Moment, ob es funktionieren wird oder nicht. Mach zu. Hat es funktioniert? Es funktioniert nicht wirklich. Oh mein Gott, Leute. Was ein Zaubertrick. Du darfst ja ganz noch ein bisschen Abdruck, aber wenn man es mehrmals wieder holt. Oh mein Gott. Aber ich glaube, dein hässliches Gesicht geht nicht weg. Doch, das ist dein Gesicht. Oh, Magic. Hey, lass ich mal hier drauf. Wo ist die, wofür geht die Tatronung? Ich will auch einmal machen. Oh, es geht weg. Hä, Leute, wie funktioniert das? And last one. Tada. Auf der Rückseite ist auch nichts, Leute. Ich habe gedacht, das funktioniert nicht. Ich auch nicht, aber. Ich war es. Leute, wie ihr seht, TikTok Nummer 5 hat aufgeklappt. Bis hat jeder TikTok geklappt. Wie geht das, Alter? Wir kommen jetzt, ich glaube, zum letzten TikTok, oder? Ja. Tja, ich wollte das Papi noch benutzen. Nö, ich habe keinen Bock mehr. Mach allein dein Video weiter. Okay. Leute, willkommen zu TikTok Nummer 6. Und ihr kennt es. Ihr seid draußen. Macht Sport. Kenne ich zwar nicht, aber. Dann habt ihr, weil ihr so gesund und öko seid, habt ihr eine Zitrone dabei. Denn die ist hier vom Sport. Ja, keine Ahnung. Die hilft bei allen. Die Drohnen ist immer gesund. Ja. Und deswegen, ja. Und ihr wollt gerade auf euer Handy gucken und seht. Kein Geku. Keine Ahnung, 5%. Leute, deswegen guckt euch dieses Video an. Okay, Leute. Wir tun das jetzt hier rein und gucken, ob es das Handy auflädt. Was meinst du? Meinst du, es lädt es auf? Normal. Okay, Leute. Wir gucken jetzt, ob es wirklich funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber wir werden es jetzt am Geräusch merken, weil wir es nicht sehen. Warte, steck rein. Oh mein Gott. Als ob das jetzt wirklich funktioniert. Ich habe das Geräusch gehört. Dreh es mal um. Ich gucke, ob es funktioniert hat. Oh mein Gott, das funktioniert jetzt echt, Abi. Leute, habt ihr gerade wirklich gedacht, es hat funktioniert? Ah, wer muss ich verraten? Zeig mal kurz, zeig mal kurz, wie wir das filmen. Leute, wer hat es so, wir denken? So hat der Typ das auf jeden Fall im Video gemacht. Aber wir versuchen das jetzt wirklich einmal. Hier, das Ding hier. Wenn man es gut sieht, geht es trotzdem. Auf geht, Leute. Wir wollen absolut verarschen, Abi. Das hat einfach nicht funktioniert, Leute. Aber warte vielleicht, wenn man... Leute, diesmal haben fast alle bis auf einen TikTok gleichzeitig funktioniert. Das ist doch gut, ne? Das ist richtig gut. Ja. Und Leute, wenn ihr auch wieder einen dritten Teil sehen wollt, lasst ein Live da. Lasst ein Auto. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich euch auch schon sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschau!